Servus meine Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Informationsvideo auf dem GCN-Channel von eurem Vietzelzer Lightning. Ich mache mal wieder hier ein Video auf dem GCN-Channel, wie ihr es wahrscheinlich bemerkt habt. Und ja, bevor ich jetzt zum Thema komme, im Hintergrund seht ihr ein MV3-Gameplay. Auf dem App Village, dabei habe ich die M4A1 mit dem Schallnämpfer, Rotpunktvisier, keine anderen Aufsätze, ja, und der Endscore beträgt 18 zu 5. Ich glaube, da erreiche ich noch Reaper ganz am Anfang, aber ist halt ein kurzes Gameplay für ein kurzes Video und ja, was soll ich da speziell jetzt also nehmen? So, kommen wir mal jetzt zum Video, nämlich habe ich in letzter Zeit gesehen, beziehungsweise heute, dass euch das letzte Video von dem Max und mir auf dem GCN-Channel sehr gefallen hat, nämlich das Payday2 Live Commentary, weil wir da einfach gezockt haben und das aufgenommen haben und ja, also es waren recht viele Kommentare da, ich habe jetzt halt versucht, darauf jeden zu antworten und es war einfach richtig cool von euch, dass ihr so viel geschrieben habt und einfach, dass euch das so gut gefallen hat, das haben wir richtig gefeiert, da magst du nicht. Und jetzt haben wir auch ein bisschen darüber gesprochen, wir werden nachher noch ein bisschen darüber quatschen und zwar, dass wir jetzt einfach den GCN-Channel mal richtig, richtig verbessern werden, einfach mal richtig aufbauen werden, richtig fett. Und zwar werde ich mich jetzt in nächster Zeit mehr darum kümmern, das bedeutet, dass ich jetzt meinen Channel etwas vernachlässigen werde, das heißt, dass eventuell wahrscheinlich mehr Videos auf dem GCN-Channel von mir sein werden, als auf meinem Haupt-Channel. Das kann sich aber immer mittlerweile ändern, also ich werde versuchen auf beiden Kanälen was zu machen, also ich kann jetzt nichts wirklich versprechen, weil ihr wisst, wie das mit der Schule und so ist, da hat man einfach dann den Stress und man kann es einfach nicht, also wenn ihr versteht, was ich meine, man versucht ein Video zu machen, hat dann aber keinen Bock mehr und will einfach entweder was anderes machen oder sonst was. Also ich werde jetzt einfach auf jeden Fall versuchen, mehr auf dem GCN-Channel, wenn überhaupt hochzuladen in nächster Zeit, vor allem ich und der Max und wir werden halt auch versuchen, mehr Leute, mehr aktive Leute in den GCN-Channel aufzunehmen, weil das war jetzt für sehr lange Zeit alles so ruhig einfach und keiner hat sich einfach darum gekümmert, das war auch selbstverständlich, da gebe ich jetzt keinen die Schuld dafür und das muss ich jetzt also ändern, weil der GCN-Channel ist ein Gaming Community Network und wir wollen das einfach ausbauen und kleinen YouTubern helfen, dazu zu kommen, dass ich halt ein paar Abos mehr bekomme und ja, das werden wir halt aber alles in einem anderen Video noch weiter erklären, also auf jeden Fall mache ich da jetzt keinen Stress draus, ich versuche ich das jetzt nur mal grob zu sagen, dann Max und ich werden dann noch auf jeden Fall mal so ein Begrüßungsvideo machen, ja ein Begrüßungsvideo, das bedeutet, dass wir mal wieder gescheit aufnehmen und allen Leuten einfach mal die Grundvoraussetzungen klarstellen werden, wir werden einfach mal ein bisschen darüber zusammenfassen, wie das jetzt mal hier so ablaufen wird, es ist auch geplant, dass wir eine neue Website erstellen werden und ja, ich habe mich halt wieder mit dem Pregold in Kontakt gesetzt und der wird schauen, vielleicht können wir da ein bisschen zusammen an Designs arbeiten für das Ganze oder ein paar Aufnahmen oder Montagen, also alles, was es gibt einfach, wir versuchen unser Bestes jetzt da mal reinzuhauen und es sollte sich im Regel, also in der Regel wirklich einiges verändern, also das hoffe ich auf jeden Fall und ja, also wie gesagt, das hat mich richtig sehr gefreut, dass es viele, viele, viele Kommentare gab, vor allem auch auf den letzten Videos, das ist uns einfach aufgefallen, dass wir auch eine geile Community haben und wir versuchen jetzt als Österreicher, diesen Channel einfach mal fett aufzubauen, um einfach mal irgendwie Konkurrenz an die anderen zu schaffen, also es gibt nämlich, ich glaube, drei oder vier oder fünf YouTuber in Österreich, die wirklich, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen groß sind, die ja groß, wenn ihr versteht, aber das wollen wir jetzt mal ändern, wir müssen jetzt mal zeigen, dass wir auch da sind und ja, einfach mal denen zeigen, dass auch Österreich was drauf, wenn ihr versteht, was ich meine. Also auf jeden Fall, wie gesagt, alles für den in einem anderen Video erklärt, besser gesagt, da lassen wir uns jetzt auch ein bisschen Zeit, also ihr müsst verstehen, das kann jetzt nicht irgendwie so schnell auf einmal kommen, sondern da werden wir uns richtig schöne Punkte zusammen schreiben, wir werden das zusammen kommentieren, wir werden mögliche Probleme versuchen zu vermeiden, einfach das alles aufklären, wirklich, wir setzen uns einfach mal daran und denken alle möglichen Wege durch, wie wir das Schlimmste vermeiden können und dass jeder einfach zufrieden ist mit den Uploads, mit den Leuten, dass es keinen Beef gibt oder so zwischen den Membern oder halt in den Kommentaren oder sonst was, also einfach ein geregeltes kleines Netzwerk aufbauen, natürlich halt ohne Bezahlung, wenn ihr versteht, also das können wir nun natürlich nicht machen, aber ja, ihr wisst schon, was ich meine, einfach nur, dass die YouTuber mal ein bisschen mehr Fame bekommen, das wollen wir mal ein bisschen erreichen, aber wie gesagt, wie gesagt, mehr im anderen Video, jetzt werde ich gerade irgendwie nur noch abgefickt im Hintergrund, aber jo, ähm, ja, wir haben vor allem noch einen neuen Skype-Account erstellt, also beziehungsweise ich habe den schnell gemacht für das GCN und zwar werden dann nur der Max und ich aktiv sein, also das ist unsere Anschreibadresse, falls wir mal irgendwie die Kommentare übersehen oder dann nicht in die Nachrichten direkt reinschauen, da werden wir uns einfach mal, ähm, die Skype-Nachrichten anschauen, weil wir haben schon eine Anfrage für ein neues Video bekommen und das werden wir dann halt noch alles klären, also Skype-Link steht in der Beschreibung drinnen, wer ein Video hat, einfach anschreiben, Leute, entweder schreiben der Max oder ich euch zurück und jo, das war's mit dem Gameplay, das war's von mir, von eurem Lightning, bis zum nächsten Mal, ich hoffe, es hat euch gefallen, Peace, Leute!